Hallo, hallo für euren Tages- und Abendimpuls und wir schauen rein, was bringt der Abend heute erstmal? Da schauen wir uns rein, der bringt die Wahrheit. Also heute wird etwas hier in die Waagschale geworfen, was wirklich bedeutungsvoll ist, ja, was wirklich sehr gut ist, ne. Und von daher sieht das eigentlich richtig, richtig gut aus, ne. Ja, also ich muss sagen, ich finde das wirklich wichtig, wahrhaftig zu sein, ja. Und deshalb, da geht es also auch in jedem Falle voran. Für den morgigen Tag haben wir als Impuls die Chance, Fortuna, also großes Glück, die Chance, etwas zu verändern. Es wird ein glückhafter Tag für alle werden und von daher sieht es doch richtig, richtig gut aus. Die einzelnen Zeichen, wir beginnen mit den Feuerzeichen. Wederlöwe und Schütze haben hier Nachrichten, unerwartete Nachrichten und Nachrichten, die etwas offenbaren zu erwarten. Dann haben wir die Erdzeichen. Da wird es ein Tag, der ein bisschen, ja, gemütlicher vonstatten geht, aber sehr schön ist, sehr harmonisch ist, sehr gefühlvoll ist, sehr emotional. Also ein ganz toller Samstag. Und hier raus, Mauern niederreißen, auf sich besinnen, spirituelle Dinge fördern und machen für die Wasserzeichen. Und an dieser Stelle natürlich auch, wie immer, von mir mucho, mucho amor.